Hi, willkommen zu einer weiteren Folge von Wondersong. Wir müssen nicht angestellte Menschen finden, die mit uns die Factory infiltrieren wollen. Drei Stück. Ich tippe, der Musiker ist einer davon. Ich muss noch immer herausfinden, wie ich da hochkomme. Cole, liebe Läger, keep your hands warm on her. Ja, du bist es nicht. Ja, wie komme ich zu dir? Über die Dächer. I don't suppose you want to overthrow the factory, do you? So, wenn ich jetzt... Kann ich hier irgendwie hoch? Nein. Ah, ich muss auf Beth Diner kommen. Aber wie komme ich auf Beth Diner? Ich muss hier hoch. Wie komme ich da hoch? Ich muss irgendwie auf die Factory? Nein, auch nicht. Ah. Oh, Happy Kid ist wieder da. So. Jetzt laufen wir so gut, wir können nach links. Bis wir den Typen finden. Ah, hier sieht er ja. Er ist ja auch unemployed. Hey, you don't have a job. Do you want to help overthrow the factory? Nah. Das ist my pace. But thanks for thinking of me. Schade. Kannst ja versuchen. So. Boah, ich hoffe, diesen Weg muss ich nicht nochmal auf mich nehmen. Ich hoffe, ich kann den jetzt einfach recruiten. Aber ich tippe nicht. Ich tippe, jeder hat irgendwie so eine Quest. So wie der, der Weinerliche. Ich tippe das mit dem Hund, wird dann auch eine Rolle spielen. Oh, wir können hier rein. So. Hey. You seem sad and aimless. Wanna help overthrow the factory? Drawn in by my sorrowful music, were you? It's no show. I play from the heart. I play for a city. It's heart replaced with machinery. Ich muss das mal googeln. Cold as the snow that falls upon it. And for laugh unrequited. I cannot bear to face her. But I have written my feelings in this letter. Please deliver it to her. She stands in front of the factory every day. From 11.30am to 6.30pm. I know because I can't take my eyes off her. 11.30am. Alles klar. Ich hoffe, ich gebe es nicht der falschen. And I don't even know her name. Peter. Okay, Peter. Wir haben einen Love Letter. Ich gehe mal eben durch die Tür. Vielleicht ist das eine Abkürzung. Ich gehe mal durch die Tür. Ah. Okay. Ah, wir haben gleich 11.30am. Es ist Zeit. Wir müssen doch zur Factory. Er sagt nicht, es ist Miriam. Okay, sie bleibt hier nicht stehen. Du bist keine Frau. Hordefpactory. Es ist Miriam. Oh, nein. Miriam. Was willst du? Well, I have this letter for a girl standing here at this time. So, it's for me? I guess so. What is this? This is... Oh, I've got an answer. Alright. Take this back to him. Oh, and don't read it. Yeah, sieht super aus. Yeah, mit dir müssen wir auch noch reden. I have a letter for you. From her? This is... This is... Amazing. That's... What? She's agreed to meet me. Oh, wait. She also said, don't tell the weird part. That's definitely me. Alice, already I have broken a promise. But what is allowed that doesn't know second chances? Ah, jetzt sag mal. Ihr habt euch nicht mal persönlich getroffen. Es geht schon um eine zweite Chance. Äh, kein guter Start. Every moment without her is pain. Okay, ähm, für alle, die es mal hören müssen, nur weil ihr jemand mal gesehen habt, müsst ihr nicht so austicken. Es ist, ähm, unangenehm. Man kann auch ohne einen Menschenleben, den man noch nicht richtig kennengelernt hat. I await our meeting with continued sadness. Though slightly less sadness than before, she agreed to meet me. That's cool. Also, wanna help Oma throw the factory, maybe? Yes. We have meetings in the diner every night. I will be there. Okay, cool. Schön, dass wir fast Nacht haben. Äh, ich würde dann einmal schauen, wie diese nightly, äh, meetings aussehen. Warte immer so lange. Oh, hallo. Do you wanna help Oma throw the factory? Sie hat einen Job also eigentlich. Ist die Frage blöd. Oh, mei, what a question. But I'm quite busy with the mail, as you can see. Sorry to stab out your dreams. I try to let her you down easy. Alter. Okay, wir warten hier mal. Ich hätte jetzt auch an der Bank warten können, aber ich, ich warte jetzt hier, wenn die Zeit weitergeht. Wenn sie jetzt nicht weitergeht, dann, sie geht nicht weiter. Okay, schade. Aber hier, ja, okay. Da warten wir halt hier draußen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich tanze. An der Mund. Einfach ganz viel. Aha, ich hab's. Ich habe devised a name for a little group of comrades. The Astronomers. Wow, wie einfallsreich. Oh my god. We see about the trappings of this machine city. To a factory free future. The people of the city must be free of the factory. We, the Astronomers, can see the path to their destiny. Huh. Okay. The factory must be taken down. For the good of everyone. Just require two more records. I may be able to provide some intelligence on who to look for. If you like. Ja, klar. Let's see. There's a man who is constantly... Ja, okay. Den hatte ich eh schon im Kopf. Who is constantly crying around the town during the day. He seems to have no direction in life. So, he would probably be willing to help us. Find out what he wants. Ja. Aber wer ist die letzte Person? I mean, theoretisch könnte Miriam uns helfen, dann wäre sie useful. Ach so, hier oben. Der ist angestellt. Sie ist angestellt. Meine Mom? Hey, Mom. Hey, Mom. Do you want to help overthrow the factory? That sounds like fun... Oh, sorry. I have to stop it here. That sounds like fun. But your mama is too tired for that kind of action. Those days are bad behind me, Muffin. You'll have to find some other friends to help you. Good luck. What do you want to do here, Miriam? Well, anything. I met an astronomer from here. She wants to shut down the factory, too. Perfect. So, what do I blast? Huh? She's a scientist, right? So, she knows where to hit the knockout, the whole system. What do I blast? We aren't blasting anything. Oh. We're gonna get sad people from around the town. And mess it up from inside. Oh. Okay. I like my plan, Mata. But, I guess... We'll do yours instead. If you want to hear rumors from around town. Or something. Not like I have anything else to do. Yeah. Wir kümmern uns erstmal darum, dass wir den... ...fogischen Typen... ...ääh... ...bekommen den... ...weinerlichen. Der Hund will nicht. Ist er hier drin? Nein. Okay. Schade. Ah. Wo läuft der jetzt? Ah. Okay. Let's see. Er soll wahrscheinlich irgendwo schlafen, was er auch tun sollte. Hier sollte er nicht sein. Wir schauen mal hin. Wir lassen mal eben ein bisschen Zeit vergehen. Ah. Wir nehmen mal vier Stunden. Vielleicht finden wir ihn dann. Und der Sänger ist wieder da. Und der Sänger ist wieder da. Und meiner Mom wird er nicht sein. Und du vielleicht? Er wird nicht bei uns arbeiten. Ach, das ist sie. Ah, Miriam. Wo ist der weinerliche Typ? Ehrlich? Wer hat ihn noch finden? Ein Gifthaus sollte er nicht sein. Wo habe ich den denn getroffen? Wo habe ich den denn getroffen? Hier war ich gerade, ne? Ich finde übrigens interessant, dass das jetzt mit, mit, äh, der Grafik nicht wieder passiert ist bisher. Ja, also, ich verschweiß. Ah, hallo. My life is completely aimless. Go work in the factory, but everyone says, well, maybe I don't want to. There's nothing in this world for me. Was? Was? Aber, okay, muss ich ihn da fragen? Warum kann ich ihn so nicht fragen? Das wäre, ja, ich glaube, das trifft es am nächsten. So. Äh, das trifft es genau. Ich kann nicht recht. Oh mein Gott, bin ich peinlich. So. Meiner, er kam noch mal wieder raus. Ich meine, ich kann es hier drin auch noch mal versuchen. Äh, er ist nicht da. Shit. Hoffentlich kommt er nicht jetzt. Okay. Ach, das ist der Typ, der die Lichter anzündet. Ah, wie cool. Gut. Hallo? Achin. Warum funktioniert es nicht? Hey. Do you want to overthrow the factory? What? This is crazy talk. Factory is all the way of life. And I have family to worry about now. I cannot do the thing you ask. Was soll ich denn mit dir machen, dude? Sad, ain't it? Wish she had a friend. Oh, hi, I'm just sweeping, doing the own Grapehats shift. Looks like something's keep you up too, huh? Very good. Do you want to overthrow the factory? I thought this question might come someday. Let me say this. The factory may be an evil place, but the Baron is not an evil man. At least not when I knew him. It was always his dream to build this empire. And I cannot stand against the dream of Fred. I once was friends with the Baron. He left his life behind when the factory grew. He must be very old now. Ah, they are so brisk. And portrait. By day, the workers march into the factory. And by night, to my pub. Such is the clockwork of the city. Yeah, but... ... 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 Kann ich mit dem Essen warten? Können wir bitte einmal festhalten, dass ich nicht schlau bin? Warte, ich mach mal eben und dann geh ich schon mal dahin. Äh, ich hätte vorher dahin gehen sollen. Ah, verdammt. Hoffentlich bin ich jetzt schnell genug da. Sieht nicht so aus. Ich bin einfach blöd. So, ich warte dann mal, bis der Typ hierher kommt. Wenn er noch kommt. Nee, er kommt um 39, nicht um 38, ne? Also sollte ich doch... Wieso kann ich es jetzt nicht mehr machen? Oh! Hey! Das played! Ich denke, das looks like es. Hand it over. Please. Ja, bitte, 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 bitte. Ja. Ja. We... We have friends now. Aha! I forgot what this felt like. Cool. Also... Do you wanna... Want to help me shut down the factory? Wie das einfach kommt so... Ja, äh, cool. Du hast jetzt den Pointer. Also willst du mit mir hier die Factory stürzen? You mean the factory that ruined this whole town? And took all the jobs? So that I had no choice but to make happy kids? Or be alone forever? Yeah, I think that one. Yes. I will help you. We meet at the diner every night. Gut. Aber ich habe keine Ahnung, wer das letzte sein soll. So soll das dieser, äh, der, der alte Freund des Baron sein? Da weiß ich aber auch nicht, wie ich ihm helfen soll. Ich habe ja mit ihm gesprochen. Going to be interesting, I guess. Ja, komm. Ah. Ah. Ja, komm. Wir warten hier mal eben eine Stunde. Äh, I could pass some time. Ähm. Or not! Gut, eine Stunde lohnt sich vorher zu warten. So. Hallo. I've never been part of a club before. I'm trying to play cool so that nobody hates me. The factory must be taken down. Ja, das haben wir. For the good of everyone. Ja, ich... To be honest, I'm not sure who else in the city may be sought. Do you know anybody who has no job? If the stars really are dying, what could it mean? I need to research this more. To be honest, I'm not... The astronomer seems so smart. I didn't think we could actually shut down the factory. But meeting her made me believe it. I hope my dog is okay outside. Wer ist nicht angestellt? Das muss ich wirklich selber herausfinden. Also Miriam ist nicht angestellt, aber die wirkt jetzt nicht so, als wenn sie uns hilft. So, ich mein, hier sollte niemand sein. Denk ich. Vielleicht auch doch? Ja, ich hab das Gefühl, hier müssen wir nicht hin. Hm. Wer ist noch nicht angestellt? Ich könnte Happy Kid... Feuern lassen. Dann wäre er ja nicht mehr angestellt. Und das würde dann auch das erfüllen. Also, weil niemand hier kennt noch jemanden, der nicht angestellt ist. Heißt, ich muss dafür sorgen, dass jemand nicht mehr angestellt ist. Was absolut fies wäre. Ja. Was? Okay. Okay, ich kann ihn nicht verpätzen. Also, zwar ist hier jetzt gerade nicht. Du hast einen Job. Ich war hier, wenn die Faktorie groß war, wie blöd hier, Fogs. Mehr Leute betrifft die Städte, nicht wahr? Ja. Du dich, du dich. Mit dir kann ich eh nie reden. Oh, das wollte ich nicht. Ich war damals ein Champ der Boxing-Arener. Teilen und kommen und gehen, mit Familie und stay. Ich arbeite für Baran, jetzt machen wir ein Happy Kid-Toy. Mein Papa, ich habe eine Chachiki-Store in Town. Aber Baran-Bot-Store, Knockdown, Makemore Factory. Für Menschen, wie ich, Factory ist der einzige Ort für Arbeit. Someday, ich werde hier mit Familie, aber wir brauchen Geld, so ich werde Arbeit. Du willst du die Factory-Arener? Nicht? No, mein Wasser ist der Nyeu. There would be nothing left without the Factory here. I intend to work there. Until I become the Baron someday, ha? Ha! And hardly eat breakfast for a hot day ahead. What could be better? I am ready for another day in the Factory. Ha! Working in the Factory every day. Sometimes I do get tired of it. Ja, aber... Immer noch will zu da arbeiten, und das ist das Problem. So, du hast auch einen Job. Vielleicht kann ich Happy Kid überzeugen. Äh, mit dem Job aufzuhören. Wenn ich Happy Kid finde. Happy Kid. Ah, verdammt. Happy Kid. What a lovely day. I love walking around Christmas. Spreading my Happy Happy to everyone. Christmas is where Happy Kid started after all. Happy Kid is Mr. Barron's gift to the world. Ja, willst du aufgeben? Haha, Happy 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 Kid. Vielleicht muss ich im Diner mit ihm reden nochmal. Aber ich meine das King nicht. Ach, komm, als ob... Ah... Also, die wird eben hier drin gezieht. Ja, do you want to overthrow the Factory? Wow. I definitely don't love it. But overthrowing an entire Factory? That sounds like a lot. But I'd rather not rock the boat. Happy Kid is just like... Poor Joy at the farm of a kid. Wow. Buy it. Ah, nein. Ah... Ah... Weiß nicht, ob man's merkt, aber langsam verzweifle ich. Wer ist der Letz... Also, ich würde nochmal mit dem Happy Kid-Typ mit einem Dinges sprechen nach Arbeit, aber... Sonst, sie will nicht... Wüsste nicht, wer noch bleibt. So, meine Mutter will nicht... So, Miriam will nicht... Need help finding people to shut down the Factory? Ja, bitte. Just one more. Ah... You're on your own with this one. I can't think of anyone. Everyone in this lousy town is... What about you? Ja. What? No. Why can't you help us? Why me? Because you're the only one left. Yeah. Yeah. Real flattering. Ja, ich glaube, wenn du jemandem sagst, dass er einfach der Letzte ist, der übrig geblieben ist, ist nicht so geil. Glad to be your last resort. You know, this used to be my adventure, just me and Grandma Safi, but ever since you showed up, somehow I never get to do anything anymore, even though I am the one with the magic powers. How do you think that feels? She probably thinks I'm useless. She trusted me so little, she asked you to help me. And then, you basically proved her right. How do you think that feels? I will... I think I know how that feels. Like, when I found out someone else was the hero. It made me feel so pointless. I don't belong on an adventure. Yeah, except you're obviously useful. You're seeing us through every problem. You're obviously useful. You can fly and you always know what to do next. Somehow, hearing that from you doesn't make me feel better at all. Me neither. But that's why we gotta do this. Together. We gotta prove that we aren't useless. We can do it if we don't... We can't do it if we don't try. Okay. Fine. I'll help. This time. I'll see you at the Nighttime Diner Meeting. Yes. Okay. Damit kann ich jetzt die Folge auch beenden. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Damit bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.